Hallo, mein Name ist Alex, Alex Kunert. Ich habe eine Catering-Firma, mache Anlässe zwischen 10 und 1.500 Personen. Viel mit Grill und Barbecue im Sommer, im Winter, dann wirklich auch Firmenanlässe, Firmen-Iverns, Aperu, Aperu ist Flying Dinner. Wir stehen jetzt gerade an meinem Mini. Wenn ihr mich jetzt kennt, Mini, Alex, Alex Mini, echt jetzt, du bist auch ein bisschen grösser und so und echt Mini. Ja, Mini Countryman. Der Mini Countryman hat wirklich richtig viel Platz nach oben, weil ich ein Sitzriester bin, seitlich, weil ich breite Schultern habe. Vom Ladevolumen muss ich auch sagen, er hat richtig, richtig viel Platz. Natürlich nicht für ein Catering für 1.500 Personen, ist klar, da wird es ein bisschen eng, aber für Catering ist, ich sage jetzt mal, bis 10, 15 Personen, ist der Countryman echt super. Das ist jetzt nicht nur ein Mini Countryman, sondern das ist ein Mini Countryman John Cooper Works mit 306 PS, 400 Nm, also ordentlich Power. Und kommt auch noch in dem coolen Design, Big Green Egg Design daher. Im John Cooper Works Countryman Big Green Egg Style von der Säblich Garage foliert worden und macht mega Spaß. Und das coolste an der ganzen Geschichte ist, den Mini, so wie er da steht, den kann man sogar genau so mit der Folierung, mit der Big Green Egg Folierung bestellen, über die Säblich Garage. Und würde mich echt freuen, wenn ich da nicht der Einzige wäre, sondern wenn da so eine kleine Community entstehen würde. Wenn er den so bestellt, mit der Folierung, bekommt er auch noch einen Big Green Egg Mini Max mit dazu. Also Leute, bestellen! Vielen Dank!